Im Bereich des hochwertigen Technik-Zubehörs ist die Firma Anker sicherlich vielen ein Begriff. Können jedoch auch Produkte wie Kopfhörer mit ihrer Qualität überzeugen? Hey, ich bin's Martin und das ist mein Unboxing zu den Soundcore Liberty Air von Anker. Den ersten Eindruck macht die Verpackung. Auf der Vorderseite lässt sich das Produkt selbst betrachten und neben diesem wird Werbung für die unterschiedlichsten Funktionen der Kopfhörer gemacht. Der Name des Produktes geht dabei jedoch leicht unter. Die rechte Seite der Verpackung bildet ein Ohrstück der In-Ears in Übergröße ab. Dreht man die Box einmal um, so findet man dann alle Funktionen noch einmal detailliert abgebildet. Linke Hand ist wortwörtlich eine Hand zu erkennen, die ein der zwei Kopfhörer in die Ladecase steckt und des Weiteren wird Werbung für den einfachen Verbindungsvorgang gemacht. Nach dem Öffnen der Vorderklappe zeigt sich auf der Innenseite ein Foto eines Herren, der die enthaltenen Kopfhörer bereits benutzt. Rechterhand lässt sich die Case der In-Ears bereits durch eine transparente Plastikabdeckung beobachten. Wer das eigentliche Produkt jedoch zuerst zur Seite legt, kann unter einer angenehm verarbeiteten Schicht Plastik unter anderem ein einfaches Micro-USB-Kabel finden. Des Weiteren liegen Anleitungen und Warnhinweise in Papierform bei. Auch eine Palette von vier Paaren unterschiedlicher Ohraufsätze wird mitgeliefert und ist von einer Folie abgedeckt. Die Außenseite des eigentlichen Laser Cases fühlt sich sehr angenehm an, zieht jedoch schnell mal Staub und kleine Fusseln an. Die drei frontalen LEDs sind minimalistisch designt und leuchten in einem weichen Weiß und die Kopfhörer an sich sind eher leicht und wie kurze Stäbchen entworfen. An ihrer Oberseite sitzen kleine Lämpchen, die jedoch eher schlecht zu erkennen sind. Beim Auf- und Zuklappen oder Aufladen des Case blinken maximal drei Leuchten auf, die den Akkustatus anzeigen. Auf das Entnehmen der leichten Sound Quality Air selbst blinken diese an ihrer Oberseite, während sie sich verbinden. Es ist also kein extra Knopfdruck zum Koppeln per Bluetooth nötig. Dieses funktioniert übrigens sehr schnell und macht somit einen benutzerfreundlichen Eindruck. Des Weiteren sind die Sound Quality Air mit einer touchsensitiven Oberfläche ausgestattet. Wer zweifach tippt, der pausiert das laufende Video oder das aktuelle Lied und durch erneutes zweifach tippen wird die Wiedergabe fortgesetzt. Wer lange auf die linken Kopfhörer hält, spult einen Titel zurück und durch das Halten auf der rechten Touchoberfläche geht die Wiedergabe mit dem Folgetitel weiter. Die insgesamt fünf Paare an Aufsätzen machen es dem Benutzer einfach, sich die komfortabelste Variante zu erstellen. Das Wechseln erfolgt mit etwas Geschick, in der Regel muss sich jedoch nur einmal auf die richtige Ausstattung festgelegt werden. Ein nettes Feature, das die Erfahrung des Auspackens um einen kleinen Teil bereichert hat, sind die kleinen Magnete, die sich um einen geringfügigen Klappmechanismus beim Öffnen und Schließen der Box kümmern. Die Sound Quality Air von Engar sind hochwertig verpackt und kommen in einer Box, die mit vielen Funktionen wirbt. Besondere Extras wie die Zusatzaufsätze bringen frischen Wind ins Auspacken der Kopfhörer und ermuntern, experimentierfreudig an das Hörerlebnis heranzugehen. Wie sich die Soundcore Liberty Air von Engar jedoch im Alltag beim Musikgenuss schlagen, das ist ein Thema für ein anderes Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald!